Kindwurm ist ein Pokémon mit dem Typ Drache, existiert seit der dritten Spiegelnation und ist die Vorstufe von Draschel, welcher sich wiederum zu Brutalander weiterentwickeln kann. Kindwurm ist ein kleines, Echsen- oder Drachenartiges Pokémon, das hauptsächlich blau gefärbt ist. Der Bauch, der Unterkiefer und die Hörkanäle sind gelb. Kindwurm ist für seinen kräftigen, muskulösen Körper bekannt. Es bewegt sich auf zwei stämmigen Beinen fort, seine Vorderarme sind hingegen eher verkümmert. An seinem vergleichsweise großen Kopf befindet sich ein breites Maul, aus welchem seitlich zwei große spitze Zähne hervorragen und seine weißen Augen. Auffällig ist die dicke, stahlharte und graue Kopfpanzerung, welche sich von seinem Maul bis hinten über seinen Hals hinab über seinen Körper zieht. Und seine shiny Form, dort ist die Haut kräftig grün gefärbt. Obwohl Kindwurm klein ist, ist es für seine schlagkräftigen Attacken bekannt. Sie sind auf den muskulösen Körper des Kraftbündels sowie seine stahlharte Kopfpanzerung zurückzuführen. Zwar kann es auch einige spezielle Attacken wie Flammenwurf oder Feuerodem erlernen, jedoch verlässt es sich hauptsächlich darauf feiner mit seinem harten Kopf zu rammen. Dies zeigt sich in Attacken wie Kopfnuss, Zen-Kopfstoß oder Risiko-Tackle. Passend dazu verfügt es über die Fähigkeit Steinhaupt, welche Rückstoßschaden verhindert. Manche Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Ruhe Gewalt, die Attacken ihre Zusatzeffekte raubt, sie jedoch verstärkt. Dies unterstreicht seine auf reinen Krafteinsatz ausgelegte Kampftechnik. Wie die meisten Drachen-Pokémon ist Kindwurm vergleichsweise selten und in der Wildnis nur an ausgewählten Orten zu finden. Häufig trifft man es in Höhlen wie den Meteorfällen oder an felsigen, bergigen Gebieten wie der Kalae-Bucht an, wo es steile Klippen aussucht. Kindwurms gesamtes Dasein ist geprägt von seinem unermesslich großen, unerfüllten Wunsch, fliegen zu können. Es traumt davon, Flügel zu entwickeln und beschäftigt sich den ganzen Tag damit, das Fliegen zu erlernen. Es wird vermutet, dass dieser instinktive Wunsch in seinem genetischen Erbgut erhalten ist. Kindwurmen werden oft dabei beobachtet, wie sie sich von hohen Klippen stürzen. Da die Versuche stets vielschlagend, prallt das Steinsatzpokémon häufig hart auf den Boden und entwickelt so seinen stahlharten Schädelpanzer und kräftige Nackenmuskulatur zum Schutz. Es legt ein aggressives Verhalten an den Tag und zerschmettert Feldblöcke mit Kopfstößen zu Kieselsteinen. Man geht davon aus, dass es dies aus Frust darüber nicht fliegen zu können tut. Dabei ist Kindwurm die Basisform der Entwicklungsreihe und kann sich zu Draschel entwickeln, welche sich wiederum zu Brutalander entwickeln kann. Dieses ist zudem mit Hilfe eines Brutalander-Nieten zur Megaentwicklung fähig. Im Laufe seiner Entwicklung wird sein kleiner Körper dabei zunächst von einer dicken, kokonartigen Hülle umgeben, bevor es als großer Drache aus dieser wieder herausbricht und einen langen Schweif sowie große Flügel ausbildet. In den Spielen wird die Entwicklung von Kindwurm zu Draschel auf Level 30, von Draschel zu Brutalander auf Level 50 und die Megaentwicklung durch einen Brutalander-Nieten durchgeführt. Und mit seinem Typen Drachen nimmt es halben Schaden gegen Feuer, Wasser, Pflanzen und Elektroattacken, doppelten Schaden gegen Eis, Drachen und Pferattacken und der Rest macht normalen Schaden. Musik Musik Musik